Nach all der Spekulation zum ersten Flug der gesamten Starship-Rakete gibt es endlich Antworten. Elon Musk hat sich fast eine Stunde Zeit genommen, um auf Twitter den Flug und seine Besonderheiten zu erklären und vor allem, was alles schiefgegangen ist, was aber vielleicht auch überraschend gut gegangen ist. Warum sind so viele Triebwerke ausgegangen? Warum wurde nur auf einer Betondecke gestartet? Und warum hat der Flugabbruch so lange gedauert? Das klären wir heute in diesem Video. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ja, das Spekulieren hat ein Ende oder zumindest haben wir einige Antworten. Nicht alle meine Annahmen und Ideen zu diesem Flug waren richtig, anderen hingegen schon, was mich sehr freut. Aktuell richten sich die meisten meiner Videos an die Menschen, die schon gut über das Starship-Programm Bescheid wissen. Wenn du erst noch einsteigen möchtest oder dein Wissen auffrischen, verlinke ich dir Videos in der Beschreibung. Vielleicht vorab, warum hat man den Test eigentlich durchgeführt, obwohl man ja bessere Prototype in der Pipeline hat. Das Ziel dieser frühen Starts ist es laut Elon Musk, Testdaten zu generieren. Ja, und zwar so viele wie möglich, um zu lernen. Das sei auch der Grund, warum Elon den Test als Erfolg bewertet. Kein vollständiger Erfolg, aber erfolgreich. SpaceX habe eben viel gelernt bei diesem Flug. Daher hatten sie Booster 7 auch unbedingt starten wollen. Man hat Erfahrungen mit diesen frühen Prototypen gemacht. Und mit diesen Erfahrungen kann man jetzt gut zu den besseren Boostern übergehen. Also zum Beispiel Booster 9, der hat ja schon wesentliche Verbesserungen. Grundsätzlich laut Elon Musk sei das Ergebnis des Tests ungefähr so, wie er es erwartet hatte und vielleicht sogar etwas besser. Die Hauptsache, die Rakete hat es geschafft, den Starttisch zu verlassen. Ja, in dem Video haben wir auch gerade den Starttisch verlassen. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, unbedingt senkrecht Start abonnieren. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Fangen wir mit dem Start an. 30 von 33 Triebwerken zündeten planmäßig. Drei starteten nicht, weil die Flugsteuerung aufgrund der Sensordaten davon ausging, dass sie nicht gesund sind. Sie seien also nicht explodiert, sondern das System habe sie während der Startsequenz abgeschaltet. Laut Elon Musk hätten auch sie diskutiert, ob das durch den Wirbelschnurren aus Steinen und Geröll bedingt war. Bisher gäbe es aber keine Hinweise dafür. Ja, dieser Geröll-Tornado bringt uns zum nächsten Thema. Definitiv nicht vorgesehen und nicht erwartet haben man, dass der Booster beim Start ein Loch graben würde. Denn zuvor beim statischen Feuertest des Booster 7 habe man ja nur überschaubare Mengen an Erosion an der Betondecke gesehen. Man habe vor dem Start gedacht, dass sich die Erosion zwar verstärken würde, aber den Beton nicht zertrümmert. Hätten sie mit einer solchen Zerstörung gerechnet, hätten sie auf die gekühlte Stahlplatte gewartet, die ja in Vorbereitung ist, aber eben noch nicht fertig war. Deren Design, also der Stahlplatte, soll dann dafür ausgelegt sein, dass die Startrampe nach jedem Flug nur minimal, am besten gar keine Renovierung erfordert. Zu diesem wasserdurchfluteten Mega-Stahl-Sandwich, wie Elon ihn nennt, komme ich dann im nächsten Video, in dem ich mich vor allem mit den Interviewaussagen für den nächsten Start beschäftigen werde. Zum Versagen der Betondecke konnte Elon Musk zum Zeitpunkt des Interviews keine gesicherten Erkenntnisse liefern. Bei diesem Flug hätten sie die Triebwerke eher geschont und jedes Triebwerk nacheinander vorsichtig gestartet, was aber dazu geführt habe, dass die Startphase, wie wir gesehen haben, relativ lang gedauert hat. Eine der aktuell am meisten plausiblen Theorien, laut Elon, besagt, dass beim Erreichen der vollen Schubkraft dieser den Sand unter dem Beton so stark komprimiert haben könnte, dass der Beton auf Biegung beansprucht wurde und dann riss, was wiederum Angriffspunkte für die Abrasion durch das Abgas bot. Aber sie hätten gedacht, es werde schon gut gehen und ausgehend vom Schadensbild des statischen Feuertests haben man für den zweiten und alle weiteren Start des Starships sowieso schon den Mega-Stahl-Sandwich vorgesehen. Das mit der zerstörten Betondecke und den umherfliegenden Brocken. Ärgerlich, aber die Rakete ist ja bekanntlich trotzdem abgehoben. Wie in der Animation im Stream gezeigt wurde, hob die Rakete dann tatsächlich aber nur mit 30 Triebwerken ab. Der nötigen, aber ausreichenden Mindestzahl für diesen Start, laut Elon Musk. Dass sich die Rakete dann bald zur Seite gelegt hat, war dann tatsächlich dem Umstand geschuldet, dass sie eben drei Triebwerke direkt am Anfang verloren haben und zweitens relativ vorsichtig gestartet sind. Beim nächsten Versuch werde man die Triebwerke schneller starten und schneller von der Startrampe abheben und dann auch gerade nach oben fliegen. Dann bei plus 27 Sekunden sei die Kommunikation mit Triebwerk 19 ausgefallen, was mit einem optischen Ereignis im Stream verbunden werden kann oder wie Elon formuliert hat, das gleichzeitig mit einem energiereichen Ereignis zusammenfiel. Ähm, Explosion. Hierbei wurde der äußere Hitzeschild dieses Triebwerks zerstört. Diese Explosion, die zeitgleich mit einem Verlust von Daten von Triebwerk 19 stattfand, hatte Auswirkungen auf die benachbarten Triebwerke 17, 18 und 20. Der Hitzeschutz der Triebwerke 17, 18, 19 und 20 war ab diesem Punkt nicht mehr vorhanden und ab diesem Punkt war auch ein Feuer zu sehen. Die Rakete sei aber erstmal relativ kontrolliert weitergeflogen. Bei T plus 62 Sekunden habe man dann zusätzliche Schäden am hinteren Hitzeschild in der Nähe von Triebwerk 30 registriert. Trotzdem flog auch die Rakete da weiter. Erst ab T plus 85 Sekunden seien Dinge dann außer Kontrolle geraten. Das sechste Triebwerk fiel aus und ungefähr ab diesem Punkt habe man die Kontrolle über den Schub und die Schubvektorsteuerung verloren. Elon Musk sagte zum Zustand der Triebwerke, dass die Triebwerke von Booster 7 über einen langen Zeitraum hinweg gebaut wurden und jedes Triebwerk so eher ein Einzelstück war. Die Triebwerke von Booster 9, die ja als nächstes an der Reihe sind, sind dagegen viel neuer und eher im Serienzustand und daher eine deutlich höhere Zuverlässigkeit, die da zu erwarten wäre. Das betreffe insbesondere auch die Hitzeschilde der Triebwerke. Haben man diese für Booster 7 lediglich nachgerüstet, gehören die Hitzeschilde bei Booster 9 zum Design. Ein Grund für den Ausfall der Triebwerke nannte Elon Musk nur indirekt, indem er sagte, dass sie für den nächsten Flug etwas verbessern müssen. Sie müssten sicherstellen, dass sie die Kontrolle über den Schub nicht verlieren und dass sie schadhafte Ereignisse besser isolieren können. Vieles sei einfacher, weil Booster 9 kein hydraulisches System hat, folglich auch keinen gemeinsamen Verteiler zwischen den hydraulischen Aktuatoren, der dann die Steuerung mehrerer Triebwerke stören kann. Das Triebwerk von Senkrechtstarter, das sind die Schutzengel. Vielen, vielen Dank an alle, die Senkrechtstarter regelmäßig durch ihre Spenden monetär unterstützen. Ohne euch, da würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Bei den Triebwerken gab es eine ungewollte Störung. Es gibt Störungen, die sind gewollt. Und das bringt uns zum explosiven Startabbruch. Laut Elon Musk war die Zeit bis zum aus Sicherheitsgründen erfolgten Auslösen des automatischen Selbstzerstörungssystems mit etwa 40 Sekunden ziemlich lange. Hier sieht Elon Musk den für einen zukünftigen Flug größten Aufwand, der am meisten Zeit kosten wird, die Entwicklung eines verbesserten Flugabbruchsystems. Anmerkung davon mir, ja, wahrscheinlich, weil es gesondert abgenommen werden muss. Laut Elon Musk benötigen sie eine viel stärkere Detonationsschnur, um die Tanks aufzureißen, damit die Rakete sofort explodiert, wenn ein Flugabbruch erforderlich ist. Als Grund nannte er, dass sich die Rakete noch in relativ geringer Luftdichte befand und die aerodynamischen Kräfte, die auf die Rakete wirkten, gering waren. Vermutlich musste die Rakete erst absinken, bis die aerodynamischen Kräfte dann ausreichten, um bei der Zerstörung des Fahrzeugs zu helfen. Das muss laut Elon Musk natürlich solider gelöst werden, bevor sie erneut starten. Außerdem sagte Elon Musk, das FTS, also Flight Termination System, habe für beide Systeme Booster und Chip gleichzeitig ausgelöst. Vielleicht denkt man in Zukunft darüber nach, ob das Schiff dann noch versuchen sollte, sich zu retten. Sie hätten bei einem solchen Flug dann aber das Problem, dass sie einen sehr präzisen Eintrittspunkt im Pazifik haben. Das Schiff habe also gar nicht die Möglichkeit, diesen Zielpunkt so genau zu treffen, wenn sie die Stufentrennung nicht exakt timen. Jedenfalls waren sie bei diesem Erstlück noch nicht an einem Punkt angekommen, den sie als sicher für eine Stufentrennung angesehen hätten. Da die Stufentrennung an sich aber eine heikle Sache ist, an der in der Vergangenheit ja schon viele Raketen verloren gegangen sind, würden sie der Sache viel Beachtung schenken. Zumal die Stufentrennung bei Starship ja ganz anders funktioniert als bei den Falcon-Raketen. Trotzdem hält Elon Musk es für sehr wahrscheinlich, dass sie mit dem nächsten Flug eine Stufentrennung erreichen werden. Übrigens, der Stand zum Zeitpunkt des Interviews. Booster 9 steht für den nächsten Flug fest, aber nicht welche Starship-Oberstufe sie benutzen. Zum nächsten Flug und den Verbesserungen hat Elon sehr viel gesagt. Mehr dazu dann im nächsten Video. Ja, ich hoffe, das Video heute hat dir gefallen. Dann gerne ein Like da lassen und wenn du das nächste Video nicht verpassen magst, genau hier abonnieren. Das Resümee von Elon Musk übrigens ein großartiger Flug. Das SpaceX-Team hat hervorragende Arbeit geleistet. Sie haben große Fortschritte gemacht und er denkt, dass sie von der technischen Seite her, was Rakete und die Startrampen angeht, in sechs bis acht Wochen bereit sind für einen erneuten Start. Er werde aber vermutlich in drei Wochen nochmal ein erneutes Update geben. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass das Ding wieder abhebt. Besonders, wenn man sich bei SpaceX jetzt so sicher ist oder so zuversichtlich ist, dass man mit den aktuellen Tests so einen großen Sprung gemacht hat. Ja, und große Sprünge, die wünsche ich mir ja auch für die gesamte Menschheit, auch insbesondere natürlich in der Raumfahrt, unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön säkerig bleiben. Dein Mau. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.